Vorsicht! Bissiger Hund! Der Gedanke zur Tat wurde in Wiley Hughes geboren, als der Alte seinen Safe zum ersten Mal vor ihm aufschloß. Da lag Geld. Stapelweise. Der Kreisebesitzer entnahm einem der frisch gedruckten Bündel drei Scheine. Zwanziger waren es. Sechzig Dollar, Mr. Hughes. Stimmt's? Er zählte vor. Die neunte Rate, bitte sehr. Dann nahm er die Quittung entgegen, schloß den Safe wieder und drehte den Sicherungskopf. Der Safe war klein und altmodisch, mit Brecheisen und Meißel spielend zu knacken, wenn nicht der Lärm gewesen wäre, den solche Gewaltmaßnahmen zu verursachen pflegten. Der Alte begleitete den Kassierer am Eisenzaun entlang zur Gartentür, schloß ab, ging zum Baum hinüber und machte den Hund los. Wiley warf einen Blick über die Schulter zurück. Vorsicht! Bissiger Hund, warnte ein Schild an der Pforte. Auch diese war mit Schloss und Riegel versehen. Wollte man den Besitzer von Haus und Hof aufsuchen, mußte man den Klingelknopf betätigen, warten, bis der Alte kam und den Hund festmachte, ehe er aufschloß und den Besucher einließ. Nicht, daß die verschlossene Gartenpforte ein Hindernis gewesen wäre, aber der Köter, dieser scharfe Höllenhund, mehr Bestie als Hund, dürr unterernährt, mit hängenden Läfzen und dem funkelnden Blick eines ganzen Rudels hungriger Wölfe. Jeden, der am Zaun entlang ging, verfolgte er. Er kläffte nicht, er stürzte nicht zum Zaun, er knurrte nicht einmal. Stumm die gelblichen Zähne zeigend, wandte er nach allem, was vorbeikam, nur den Kopf. Ein schwarzer Hund, mit gelben, hasserfüllten Augen, eine reißende Kanalie der Hölle entstiegen, zweifelsohne. Ein Albtraum. Wiley quälte sich durch ihn hindurch. Nicht nur in dieser Nacht, sondern auch in der nächsten. Irgendein Ziel schwebte ihm in diesen Träumen vor, etwas, das er zu erreichen oder zu besitzen trachtete, und zu dem er nicht gelangte, weil ein schwarzes Ungeheuer mit hängenden Läfzen und Augen, in denen Tod und Verderben glühte, davor stand. Der Drang zum Morden wuchs. Wie es der Zufall wollte, wohnte Wiley Hughes nicht weiter als einem Block von des alten Haus entfernt. Immer, wenn er zum Dienst ging oder nach eines Tages Mühe und Last vorbeikam, dachte er daran. Wie einfach wäre es doch, wenn... Aber der Hund! Den konnte man vergiften. Einiges sollte man noch zu erfahren versuchen, ohne also direkt danach zu fragen. Geduldig verbesserte er im Dienst seine Beziehungen zu dem Kassierer, der im Bezirk des Alten tätig gewesen war, ehe er in einen anderen versetzt wurde. Mehrere gemeinsame außerdienstliche Bierabende waren freilich nötig, ehe Mr. Oerskine zu reden begann. Ein Knauser dieser Alte, wenn du mich fragst, der zahlt seine Grundstücksraten auch nur, weil es nicht übers Herz bringt, sich von dem ganzen Batzen zu trennen. Hast du schon mal gesehen, was er in... Wiley lenkte das Gespräch in ungefährlichere Bahnen. Diskussionen über das, was der Alte an Geld hortete, erschienen ihm nicht ratsam. Und diese scharfe Bestie, ist dir schon jemals ein solches Vieh begegnet? Nein, auch der Kollege konnte nur den Kopf schütteln. Ein einmaliges Exemplar, ein Untier, das sogar den eigenen Herrn zu hassen scheint, was ihm auch nicht zu verdenken ist. Der Alte Dreckfresser lässt ihn doch halb verhungern, um ihn bissig zu halten. Und er fällt dir nicht an? Kaum zu glauben, sagt O'Wiley. Gute Dressur, mehr ist es nicht. Den Sohn, der ihn gelegentlich besucht, den Lieferanten, der die Lebensmittel bringt, die kennt er und toleriert er noch. Alle anderen würde er in Stücke reißen. Als das Thema unter allen wesentlichen Aspekten behandelt worden war, ließ Wiley es wie ein heißes Eisen fallen und lenkte das Gespräch auf die Witwe und ihre säumigen Zahlungen, die nur unter Androhung von Vollzugsmaßnahmen einzutreiben waren. Zwei Menschen gab es also, außer dem eigenen Herrn, denen der Hund nicht gefährlich wurde. Das hieß, daß der Verdacht auf sie fallen mußte, wenn es ihm gelingen sollte, an dem lieben Tierchen vorbeizukommen, ohne ihm etwas zu leide zu tun. Doch wenn die Liebe durch den menschlichen Magen ging, warum nicht auch durch den Magen eines Hundes? Er holte Fleisch bei einem Metzger vom entgegengesetzten Ende der Stadt und ging damit nicht direkt am Zaun entlang, sondern mitten auf der Straße. Lautlos, im gleichen Schritt, zog der Hund lauernd mit. Ohne stehen zu bleiben, warf Wiley den Köder hinüber. An der nächsten Ecke angelangt, machte er kehrt und ging zurück. Diesmal verringerte er den Abstand, und nachdem er den nächsten Fleischbrocken geworfen hatte, stellte er fest, daß der Hund vom Zaun verschwand. Dahin, wohin ihn sein Hunger trieb. Zufrieden mit dem Fortschritt gelangte Wiley ungesehen heim. Hunger hatte das Tier. Es nahm das Fleisch und würde es immer wieder nehmen, wahrscheinlich sehr bald sogar aus der Hand fressen. Sorgfältig brütete er seinen Plan aus und übersah nicht einen einzigen Umstand. Das bisschen Werkzeug, das nötig war, hatte er so besorgt, daß keinerlei Spuren zu ihm zurückführten, und so würde er es nach vollbrachtem Werk, frei von allen Fingerabdrücken, am Tatort zurücklassen. Er studierte auch die Gewohnheiten der Nachbarschaft und gelangte zu dem Ergebnis, daß der ganze Block, mit Ausnahme zweier Nachtarbeiter, die nie vor halb fünf Uhr morgens nach Hause kam, ab ein Uhr schlief. Dann mußte er noch die Polizeistreife berücksichtigen. Nach einigen schlaflosen Nächten kannte er jedoch auch ihre Route. Genau um eins und dann noch einmal um vier machte der Diensthabende seine Runde. Die Zeit zwischen zwei und drei Uhr war nach menschlichem Ermessen also am sichersten. Und der Hund? Besser als erwartet gedieh die Freundschaft. Er fraß bereits durch die Latten aus der Hand. Zutraulich ließ er sich streicheln. Welche Ängste hatte er beim ersten Versuch, ihn anzurühren, ausgestanden? Mindestens ein oder auch zwei Finger hatte er bei dem Experiment zu verlieren befürchtet. Doch grundlos. Das arme Tier war hungrig, auch nach Liebe. Höllenhund? Ach, du lieber Gott! Jetzt grinste er über die pathetische Übertreibung. Dann war es soweit. Die Nacht, in der er es wagen wollte, den Zaun zu übersteigen, war gekommen. Winselnd vor Freude begrüßte ihn der Hund. Anders hatte es Wiley auch nicht erwartet. Trotzdem hatte er Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Leder auf die Hosenbeine genäht, eine langen Schal mehrfach um den Hals gewickelt und Fleisch zur Ablenkung mitgenommen. Der Freitag kam, die Nacht aller Nächte. Er hatte alles vorbereitet, sodass ihm in den Stunden zwischen acht und zwei nichts mehr zu tun übrig blieb, als sich getrost hinzulegen und den Wecker zu stellen. Dieser Raub war keine Affäre. Und der Mord etwa? Diesmal achtete er unterwegs mehr als sonst darauf, nicht gesehen zu werden. Der Mond schien hell und die Warnung, Vorsicht, bissiger Hund, grinste ihm entgegen. Ein Witz geradezu. Er hielt dem Hund sein Fleisch hin, strich ihm über den Kopf, stieg über den Zaun und steuerte auf das Haus zu. Mit dem Brecheisen ein Fenster zu öffnen, war wahrhaftig nur eine Spielerei. Lautlos schlich er über die Treppe zum Schlafzimmer des Alten und tat, was zu tun war. Dass es notwendig war, davon war er überzeugt. Denn dieser Geizkragen wäre womöglich noch im betäubten Zustand imstande gewesen, Krach zu schlagen, wenn es um sein geliebtes Geld ging. Und selbst in der Dunkelheit bestand die Gefahr, erkannt zu werden. Das Aufbrechen des Safes, er wies sich als nicht ganz so einfach, wie er erwartet hatte, war jedoch auch nicht überwältigend schwierig. Er brach ihn vor drei Uhr morgens auf und kassierte das Geld. Einen einzigen Moment wurde er unsicher, nachdem alles wie am Schnürchen abgelaufen war, und zwar, als er wieder im Garten stand und sich fragte, ob er auch nichts übersehen hatte. Wirklich nichts. Zu Hause, in Sicherheit, durchdachte er noch einmal alles und fand keinen einzigen Anhaltspunkt, der die Polizei auf ihn hinweisen könnte. Er zählte die Beute bei abgeschirmtem Licht, damit kein Schimmer nach draußen fiel. Ab Montag würde ein Banksafe, den er unter fingiertem Namen gemietet hatte, diesen plötzlichen Reichtum aufnehmen. Bis dahin versteckte er das Geld in dem großen Blumenbeet im Garten hinterm Haus. Dicht am Zaun, den Blicken der gesamten Nachbarschaft entzogen, schaufelte er ein Loch. Nicht übermäßig tief. Jede flache Mulde in der lockeren Erde erfüllte den Zweck. Eingewickelt in Pergamentpapier vergrub er den Schatz so, daß niemand auf die Idee kommen konnte, hier würde etwas nicht stimmen. Um vier lag er im Bett, mit dem angenehmen Bewusstsein, ein reicher Mann zu sein, der in Zukunft, sobald das Geld in Sicherheit war, leben konnte, wie er wollte. Es war fast neun Uhr, als er am nächsten Morgen erwachte. Wieder überkam ihn einen Augenblick lang eine Art Panikstimmung. Sekunden, die für ihn zu Stunden wurden, lag er da und überdachte die gestrige Aktion Schritt für Schritt noch einmal und fand dabei die alte Zuversicht wieder. Niemand hatte ihn gesehen, nichts, was ihn verdächtig machen konnte, hatte er hinterlassen. Sein schlauer Einfall mit dem Hund deutete zweifelsfrei auf andere hin, auf persönliche Bekannte des Alten. Wie einfach, wie unwahrscheinlich simpel war es doch, für einen hellen Jungen mit Köpfchen einen exakt durchdachten Raubmord durchzuführen, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Lächerlich einfach geradezu. Nichts, gar nichts war ihm. Stimmen drangen durch das offene Fenster zu ihm, erregte Stimmen und befehlsgewohnte Polizeistimmen. Also hatte man doch entdeckt, was zu entdecken war. Warum aber? Er stürzte ans Fenster. Ein kleiner Menschenauflauf hatte sich auf der Straße hinterm Haus gebildet und stierte in den Hof und als er genauer hinsah, erkannte er, dass er verloren war. Zerfetzt und über das frisch umgegrabene Beet verstreut. Geld, Geld, Geld. Daneben auf dem Rasen schlief der schwarze Hund, die Nase auf dem zerrissenen Pergament, in das sein Verführer erst das Fleisch und dann das Geld eingewickelt hatte. Da lag er, des Satans eigene Brut, dessen Herz der Raubnorder gewonnen hatte, so dass er sich durch den Zaun gebissen hatte und ihm nach Hause gefolgt war.